Wir sehen nun die Biogaserträge aus. Das wollen wir uns also einmal ansehen bei einem Fermentationsprozess. Abhängig jetzt von verschiedenen Substraten, die wir verwenden wollen. Also wir haben ja diese vier Schritte beim Vergierungsprozess. Wir notieren uns hier nochmal. Das war ja die Hydrolyse als erster Schritt. Wir hatten danach die Acidogenese. Dann im dritten Schritt entstanden ja die Essigsäuren, die Acidogenese. Und dann im vierten Schritt die Mikroorganismen, die dann die Methanogenese vollziehen. Also die Entstehung dann des Biogases. Typischerweise jetzt in einem Fermenter hat man die Prozesse alle gleichzeitig. Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Vorfermenter zu nutzen. Dass man diese ersten beiden Schritte trennt, weil die ja vom pH-Wert in einen anderen Bereich brauchen. Das ist ja hier leicht sauer. Hier sind wir ja beim neutralen pH-Bereich. Aber was wir normalerweise haben, ist, dass wir hier einen pH-Wert einstellen für den gesamten Vergierungsprozess von 6,8 bis 7,5. Also tatsächlich das, was dann auch in der zweiten Hälfte hier in den letzten beiden Schritten der ideale Bereich ist. Das ist nicht ganz der ideale Bereich für die Hydrolyse und die Acidogenese. Die Verweildauer, wie lang ist das Substrat in unserem Fermenter, das sind 25 bis 40 Tage. Also auch da natürlich wieder abhängig von den Temperaturbedingungen, die wir gesehen haben. Typischerweise sind wir im mesophilen Bereich. Am Ende entsteht also das Biogas. Das heißt, auch hier können wir uns vielleicht die Prozessschritte nochmal einmal ansehen. Das heißt, wir müssen das Substrat immer noch ein bisschen vorbereiten. Dann kommt der Fermentationsprozess. Das ist das, was wir jetzt hier oben gesehen haben. Und dann kommt im dritten Schritt die Biogasspeicherung und Aufbereitung. Das heißt, wir nehmen dann das Biogas und müssen es noch aufbereiten. Das gucken wir uns gleich auch nochmal einmal an. Was dazu noch kommt, wir teilen das mal ab, ist dann noch die Behandlung von den Gärresten. Das heißt, das, was dann übrig bleibt, die müssen wir noch lagern. Und dann haben wir noch die Gasverwertung als vierten Schritt. Denn wir haben ja gesehen in den früheren Videos, dass nicht 100% Methan entsteht, sondern noch viel Kohlendioxid entsteht. Das ist wichtig, denn wir müssen tatsächlich noch ein paar Schritte machen. Aus dem dritten Schritt hier entsteht ja Biogas, also das Rohbiogas. Das müssen wir jetzt reinigen und aufbereiten. Das heißt, dass wir müssen Entschweflung machen, wir müssen es nochmal trocknen. Entfeuchtung, Abscheidung von Kohlendioxid, Entfernung von Sauerstoff und weiteren Spurengasen. Dann erhalten wir rein Biogas. Auch das können wir noch nicht direkt nutzen in einem Verbrennungsprozess, sondern wir müssen das jetzt auch noch aufbereiten. Aufbereiten zu oder auf Erdgasqualität. Und dann haben wir also Biomethan. Das lässt sich dann natürlich chemisch nicht mehr unterscheiden von fossilem Methan. Das heißt, was machen wir hier in diesem Schritt? Wir müssen das ergänzen noch Duftstoffe, weil Methan erstmal großlos ist. Aber man kennt ja diesen typischen Gasgeruch. Das heißt, wir fügen noch Duftstoffe hinzu, Odorierung des Gases, Anpassung von Druck und Brennwert, damit am Ende das Biomethan ins Gasnetz eingeleitet werden kann. Das ist dann natürlich das Ziel. Was man dann tatsächlich berechnen kann, auf Basis von Erfahrungswerten, das wird jetzt abhängig von verschiedenen Stoffen. Und das ist dann tabellarische Werke, in denen man das dann nachschlagen kann. Kann man also jetzt die Biogaserträge bestimmen. Ich werde jetzt hier gleich nur ein paar Beispiele bringen, das heißt, wie viel Biogas entsteht. Fangen wir an mit dem Silomais. Das Beispiel haben wir uns ja im vorherigen Video einmal angesehen. Wir erhalten beim Silomais zwischen 40 und 60 Tonnen Frischmasse pro Hektar. Da sind also Silierverluste schon berücksichtigt. Und jetzt kann man mit dem, was wir schon gelernt haben, berechnen, wie groß ist der Anteil an Wasser im Silomais. Das heißt, auch das muss man dann in Tabellenwerken entsprechend einmal nachschlagen, wie viel Bio, also wie viel Trockenmasse haben wir eigentlich. Denn das ist ja das, was wir brauchen. Denn hier ist ja dann immer nochmal Flüssigkeit mit drin. Das ist, ja, das muss man loswerden. Da gibt es Standardwerke, wo man das dann nachschlagen kann. Wir haben diese Berechnung gerade gesehen. Was wir am Ende bekommen, ist, dass wir hieraus aus dieser Menge dann zwischen 7.000 und 10.600 Normen Kubikmeter Biogas erhalten. Oder Biomethan, das heißt, daraus können wir dann nutzen. Das heißt also, aus einem Hektar gibt es hier zwischen 7.000 und knapp 11.000 Normen Kubikmeter Biogas. Jetzt gibt es verschiedene andere Substrate, die wir nutzen können. Machen wir da vielleicht nochmal ein Pflanzenbeispiel. Die Zuckerrüben. Da haben wir zwischen 40 und 70 Tonnen Frischmasse pro Hektar erhalten. Eigentlich etwas weniger, das sind so 5.200 Standardwerke für typische Vergehrungsprozesse. Also zwischen 5.200 und 9.100 Normen Kubikmeter Biogas. Also etwas weniger bei gleicher Fläche. Auf der anderen Seite, wir können natürlich auch tierische Reststoffe nutzen. Also die Gülle, die entsteht. Machen wir das Beispiel bei Milchkühen. Das heißt, wenn wir eine Milchviehhaltung haben, haben wir ungefähr 20 Kubikmeter Gülle. Die pro Jahr und pro Kuh entstehen. Und wenn wir die vergären, haben wir 500 Normen Kubikmeter Biogas. Das heißt, auch das ist möglich. Natürlich sind Gülle ein sehr, sehr hoher Wasseranteil. Das lässt sich auch nicht gut vergären. Das darf man nicht vergessen. Bei Schweinen ähnlich. Wenn wir jetzt eine Nutzschweine haben, für die Fleischwirtschaft sind wir bei 1,5 bis 6 Normen Kubikmeter Gülle pro Jahr. Und wir halten da, abhängig jetzt von der Qualität der Gülle, zwischen 40 und 170 Normen Kubikmeter Biogas pro Schwein. Das heißt, auch das ist möglich. Immer eine Frage dann der Wirtschaftlichkeit. Man muss sich da natürlich angucken, wie groß die Anteile sind. Also bei den, das ist bei, also Schweinegülle ist nicht sonderlich effizient. Da muss man mal gucken, wie groß ist dann der Methangehalt, den wir dann hier haben. Also aus dem Biogas hier müssen wir dann doch den Methangehalt natürlich berechnen. Das haben wir ja schon gesehen. Also wir sind bei der Mais-Silage sind wir hier bei 52%. Wir haben hier die Zuckerrüben, das ist ähnlich. 52% haben wir Rindergülle, da sind wir bei 55%. Und bei Schweinegülle sind wir bei 60% Methangehalt. Also das tut sich alles nicht so wirklich viel. Aber wir haben natürlich dann pro Tonne Frischmasse, haben wir hier jeweils einen deutlich unterschiedlichen Biogasertrag. Und tatsächlich ist es so, dass der Silomais das effizienteste Substrat ist, was wir nutzen können. Währenddessen die tierischen Substrate das ineffizienteste sind, was einfach die Menge an Biogas angeht. Das ist ein etwas höherer Methananteil, den wir hier dann haben. Aber das reicht da nicht. Also hier schauen wir nochmal dazu, das ist der Methangehalt. Und das ist der Grund, warum der Silomais, den kann man halt auch sehr gut lagern, wenn man ihn trocknet. Haben wir ihn ganzjährig zur Verfügung, um den Fermentationsprozess anzutreiben oder zu betreiben. Es ist halt die effizienteste Pflanze und deswegen ist sie so attraktiv für die Biogas-Produktion. Vielen Dank.